ja das war ja dann mal eine punktlandung was die märkte hier hingelegt haben wir gucken auf den dax nein nicht auf den dax auf den nasdaq future zuerst fangen wir mal von der seite aus an der hat das nämlich wunderschön hingekriegt wir haben ihnen hier mal so zwei so fibo marken angeboten die erste das sollte nicht so sein zumindest am freitag waren wir ja schon ziemlich weit unten aber er hat gesagt da geht noch wieder was nach oben und hat die zeit am freitag auch noch im nachgang nach unserem video wir können noch mal ganz kurz gucken seit wann ging das denn hoch na ja unser video ging so irgendwie im späten nachmittag da haben sie gesagt so videos raus dann können wir jetzt drehen also wunderbar wir haben angedeutet ungefähr hier in diesem bereich wir machen es mal groß auf tagesebene ungefähr hier 18.300 da haben wir gesagt ist zumindest eine chance vorsichtig das ist nicht weil da jetzt zwei linien liegen musste der da drehen das ist wäre völlige hybris der charttechnik gegenüber aber wir wissen viele marktteilnehmer natürlich drauf gucken auf diese linien und sagen naja wenn wir eigentlich durch sind sind wir durch die größe war bis dahin noch so einigermaßen erträglich so wie wir festgestellt haben und die marktteilnehmer haben das offensichtlich genauso gesehen und entsprechend an der stelle gedreht also insofern das kann man durchaus sagen ist eine relativ realistische und typische bewegung gewesen die sich da dann im anschluss dann noch gezeigt hat und die märkte wieder nach oben gebracht hat ja nun ja gucken wir uns das ganze eine auf einer kleineren zeitebene an zum beispiel hier im vier stunden chart oder nur brauchen wir eigentlich gar nicht wir können hier schon mal gleich auf den 15 minuten chart blicken dann sehen naja das ist doch genauso wie wir uns das idealerweise vorstellen nämlich eine bewegung die schub nach oben ein bisschen wackelig runter das war noch am freitagabend zu sehen manch einer machen wir ganz kurzes augentraining der hat gesagt naja aber wenn es korrektiv wenn es wackelig ungefähr die hälfte zurückgeht es muss nicht exakt die hälfte aber denkt immer dran 38 50 61 8 da waren wir ja nun und steil aufwärts wackelig runter also wer es auf eigene faust gesehen hat der hat möglicherweise darüber nachgedacht in der long position einzugehen ob man die jetzt vom wochenende unbedingt machen musste für mich wäre das nichts gewesen aber ich möchte euch zeigen wie schön dieses muster immer wieder eben dazu führt und damit sich das auge daran gewöhnt damit ihr möglichst eigenständig diese situation seht zeige ich das euch immer wieder und schlag euch das entsprechend vor gehen wir noch mal weiter da hatten wir eine 12 dann weiter 34 und anschließend ging es weiter nach oben das kam dann heute morgen also in den nachtstunden da war erstmal noch nichts dann noch so gegen ende naja ende ist gut aber gegen vormittag des deutschen marktes oder europäischen marktes dann kam die eröffnung und damit der schock naja sind wir mal ganz ehrlich da brauche ich eine pause so ähnlich wie wir das hier unten hatten beispielsweise fände ich eine pause jetzt alles andere ab absonderlich können sie mal kurz ausrechnen lassen wie groß wäre denn so eine typische pause erinnert ihr euch noch ich habe hier mal eingezeichnet zack da auf den hochpunkt und dann 38 50 61 8 habe ich genannt jetzt gilt das gleiche ja im großen bild auch von da unten bis da oben ich weiß manche einer schimpft jetzt im großen bild und du bist im 15 alle im 15 minuten chart naja aber trotz alledem es ist ja nichts anderes als das also im größeren bild zumindest jetzt mal hier das ganze und wenn ich mir das anschaue was wir hier jetzt haben anstieg von hier bis aktuell hier an dieser stelle finde ich es mehr als realistisch dass der kurs jetzt irgendwo in diesen bereich hier wieder reinkommt und für mich wäre es jetzt allerdings wichtig und besonders schön zu sehen dass dieser und diese bewegung dort möglichst korrektiv ist je weniger es verwechselbar ist mit einem impuls mit einer starken bewegung also noch mal zur erinnerung sowas wäre zum beispiel ein impuls auch so was war ein impuls je weniger das verwechselbar ist zum beispiel weil das abc aussieht ganz klassische form oder muss nicht abc aussehen könnte ja auch sein dass das irgendwie so mehrfach hin und her geht aber irgendwie so in dieser richtung korrektiv aussieht je mehr ist in diesem sinne hin und her eiert desto größer ist die wahrscheinlichkeit dass diese neue abwärtsbewegung die dann vielleicht tatsächlich hier irgendwo landet das muss nicht exakt an den marken sein das ist häufig so aber geht nicht davon aus dass das zwingend diese levels sind aber wenn das eben der fall ist dann habt ihr entweder die chance hier nach umkehrsituationen zu suchen habt ihr entweder die chance auf zwischenhochs den trigger reinzulegen also zu sagen wenn er dadurch geht dann erwarte ich dass wir das was wir hier vorne hatten noch mal bekommen und dann seht ihr dann haben wir relativ viel platz mit der hoffnungsvollen erwartung geht er vielleicht sogar noch mehr kriegen wir neue allzeithochs bei der geschichte also mit einer chance dass das unsere ich mache das noch mal hier so ein bisschen also dass so wie ich es jetzt gezeichnet habe dass die gewinnerwartung ist und die verlusterwartung vielleicht also der stopp hier unten drunter oder wer mag die 78er marke dann habt ihr noch ein bisschen weniger dann seht ihr schon naja das kann man so gestalten dass man eher auf der spaßigen seite ist es geht mir nicht darum dass es immer klappt für die die das jetzt heute zum ersten mal sehen das sieht jetzt ganz toll aus und mensch wenn das das klappt ja dauernd ja nee klappt es auch nicht das klappt häufig auch nicht aber es klappt etwas weniger häufig nicht und ihr seht wenn es aber klappt habe ich auf der gewinnseite ja deutlich mehr als ich auf der verlustseite dafür riskieren muss ja also das nur mal so als eine idee es gibt noch eine weitere möglichkeit man kann auch sagen ich mache den stopp hier unten hin das erhöht die trefferquote enorm allerdings macht es diese chance risikoverhältnis nicht mehr so schön ist dann häufig richtung eins zu eins und kann natürlich sagen auch kommt du bleib da auch drin ich ziehe den stopp einfach irgendwann hinterher und lasse ihn aber nach oben laufen in der hoffnungsvollen erwartung dass es weiter geht und notfalls holt mich der trailing stopp raus da gibt es verschiedene varianten da kann man mal zum anderen zeitpunkt drüber reden aber ihr seht die chancen für nach oben sind relativ gut allerdings muss ich dazu sagen meine erwartungshaltung für die nächsten stunden vielleicht auch über nacht noch sind eigentlich eher abwärts gerichtet aber in dem fall ohne drama meine erwartungshaltung ist dass das korrektiv abläuft wenn dem so ist also nur weil ich es erwarte ist es nicht unbedingt dass es zwingend so passiert wenn es aber so passiert habe ich gute chancen dass man daraus einen vernünftigen trade machen kann also realistische chance auf spaßige und erfolgreiche trades haben wir auf jeden fall kurzer hinweis hier ihr seht dass im vier stunden chart haben wir hier auch noch mal eine umkehrformation also diese grüne kerze hier die farbe spielt aber keine rolle aber damit ihr sie besser erkennen können da ist es ein typischer kommen wir mal groß für die smartphone gucker das hier ist eine umkehr kerze ein so genannter shootings star hier oder shooting star also der eigentlich für eine umkehr spricht aber passt doch denn wir erwarten doch eine umkehr und dieser shooting star sagt allerdings nichts aus ob das jetzt senkrecht runterfallen muss oder ob das einfach wackelig ist aber ihr seht es gibt also ganz gute indizien dass wir voraussichtlich in den nächsten stunden eher wohl mit der abwärtsseite rechnen müssen und danach hoffentlich wenn das wirklich korrektiv ist mit der weiteren fortsetzung nach oben rechnen können allerdings wichtiger hinweis dafür muss es auch wirklich korrektiv runtergehen was ich jetzt total unsexy fände wenn wir jetzt hier senkrecht wie ein stein in die hälfte der strecke zurückfallen dann fände ich die höhe zwar noch akzeptabel aber die art und weise eigentlich zu aggressiv na gut lassen wir es mal so auf uns zukommen ihr seht aber das ist eine ganz gute ausgangssituation die wir da haben natürlich wird das ganze auch noch beeinflusst werden durch die nachrichten diese woche und ihr wisst heute ist montag und das ist noch nicht die neuigkeit ihr wisst aber auch wahrscheinlich dass wir immer montags 18.30 Uhr auf die wichtigsten daten der wochen gucken und da haben wir einige natürlich die arbeitsmarktdaten am freitag da können wir mal gucken was können wir da jetzt schon erwarten allerdings gibt es auf dem weg bis freitag mehrere spannende daten die man im hinterkopf haben sollte aus verschiedenen gründen einige sind eher informativ andere sind durchaus für hohe volatilität geeignet und deshalb sollten wir uns die gemeinsam angucken also wenn ihr lust habt ich werde am ende des videos noch mal den link dafür raus geben wie immer montags abends 18.30 Uhr und wer es verpasst wer leider nicht live mit dabei sein kann guckt sich die aufzeichnung an die kann man auch am dienstag oder mittwoch noch gucken für die termine die dann später ja noch passieren mit einerseits wann sind welche termine welche wichtigkeit für welche märkte aber dann eben auch was zu erwarten ist was der chart im moment schon vorbereitet was er da einpreist in diese situation ich finde ganz wichtig da einen überblick zu haben schaut euch das also gerne mit mir an so jetzt haben wir den nasdaq mit gemeinsam angeguckt hier dann gucken wir auf dem s&p und da müssen wir eigentlich nicht drüber sprechen dann das bild ist hier das gleiche außer dass wir hier jetzt nicht so eine klare umkehrsituation haben aber trotz alledem das gesamtbild wirkt ähnlich also ein rücksetzer hier auch in die mitte rein die ist hier beim future ich mache jetzt mal so ganz grob ja wirklich ganz grob sagen wir mal von 5276 auf dem future gerechnet aber zeichnen fibonacci in eure ebene rein also ich meine die mitte werdet ihr notfalls optisch sogar noch erkennen mit fibonacci fällt das noch leichter also die idee solltet ihr durchaus haben je korrektiver allerdings desto besser weil es ermöglicht ähnlich wie es eben beim nasdaq eingezeichnet habe hier wunderbare long einstiege was macht eigentlich der kollege dow jones der war doch so miese petrig drauf die tage noch und ist gefallen wie ein stein hier und da muss ich sagen ja definitiv das sieht auch nicht gut aus weil es eben nicht korrektiv ist aber ich habe eigentlich durchaus hoffnung für diesen markt warum das jetzt und wie sieht das aus naja punkt 1 gehen wir ganz kurz hier wieder auf den intraday markt ich zeige euch aber auch noch gleich was übergeordnetes ein bisschen naja wir sind hier stark nach oben zugegeben allerdings haben wir hier schon mal anstieg gesehen über die internen muster da kann man sich streiten aber das ist jetzt eh schon rum also da weiß ich jetzt auch nichts mit anzufangen im nachhinein das sieht jetzt sehr korrektiv aus manche einer wird vielleicht sogar noch überlegt haben ob er nicht das nennen wir jetzt übungszwecke aus übungszwecken gemeinsam mal machen schaut euch mal diese abwärtsbewegung hättet ihr bei dieser abwärtsbewegung unter umständen höchster punkt kleine leereinheit mit einbauen höchster punkt rücksetzer gegenbewegung rücksetzer gegenbewegung rücksetzer ok damit haben wir wieder unsere klassische fünf fällige bewegung ok können sie nämlich tiefste punkt jetzt hier beim future dann haben wir eine aufwärtsbewegung das ist die aufwärtsbewegung punkt 1 welche richtung naja aufwärts ok das ist eine tautologische frage eine aufwärtsbewegung die nach oben geht ist nicht so außergewöhnlich aber zweite frage ist die korrektiv oder ist sie impulsiv naja gucken uns das an ich zeichne sie mal so ganz grob hinterher dann seht ihr weil die sieht doch ganz klar korrektiv aus das ist dieser wackelpudding den ich hin und wieder hin zeichne mit vor zurück vor zurück wo die ganzen gegenbewegungen überschneidend sind so und jetzt gucken wir mal ist die denn groß wie groß ist die denn sie sollte ja nicht zu klein sein und nicht zu groß sein wir erinnern uns in diesen mittleren raum rein das muss nicht exakt eine fibomarke sein aber größenordnung 38 50 61 8 das habe ich habe ich eben schon erzählt ich erzähle euch immer nur das gleiche total langweilig aber eben auch normal klassisch typisch das heißt wir haben eine starke abwärtsbewegung ohne überschneidung hier war eine pause zeitwärtskorrektur hier war eine pause scharfe korrektur so fünf fällig runter ok gegessen dann haben wir hier eine gegenbewegung sieht korrektiv aus größenordnung perfekt da wo wir sie hin haben wollen zwischen tief letzte hoch vorletzte hoch das tief dazwischen die erwartungshaltung das was wir vorne schon mal hatten ich mache es noch mal in der richtigen länge ist ein bisschen zu kurz von dort nach dort ein bisschen bogen aber das geht mir mehr um die höhe jetzt ist die erwartungshaltung das kriegen wir hinten noch mal und ihr seht ja haben wir gekriegt also der winkel ist jetzt da müssen wir nicht darüber streiten aber die höhe ist das entscheidende von dort bis da und da muss man sagen jawohl haben wir gekriegt sogar schon ein bisschen mehr es muss ja nicht an der stelle drehen aber es ist die orientierung wie weit so eine bewegung geht also was ich vorhin auf dem anderen beispiel gezeigt habe hier seht ihr es noch mal das ist also nicht selten sondern ihr seht das immer wieder bei verschiedenen situationen und mal macht der eine markt das schön also das ist ja schon mustergültig wie man es hier sieht mal macht der andere markt gut wenn ihr nicht sicher seid dann macht es dort wo es am schönsten aussieht also ich finde auf jeden fall das attraktiv grob gesprochen ich bleibe mal wirklich grob scheint es stark nach oben zu gehen jetzt irgendwie a b c nach unten ich würde für die long seite mal diese marke dieses zwischenhoch wann war das fünf minuten chart das war 15 30 oder vielleicht wieder zu finden 15 30 am dritten juni also quasi heute jetzt haben wir es kurz vor fünf da würde ich mal einen blick drauf werfen wenn der markt da durchgeht haben wir doch wieder die chance umgekehrt wenn die relativ stark ist das relativ schwaches ob das nicht vielleicht sogar dazu hinreichend ist noch weiter nach oben zu gehen es gibt noch weitere indizien die für einen anstieg sprechen zumindest mal für vorläufigen anstieg und den sehen wir nämlich im tageschart hier haben wir nämlich eine sehr eigenartige situation eine rote lange kerze der ganz kleine hier unten und grüne lange kerze einige kennen das das ist ein morningstar na gut wenn ihr euch mit kerzentechnik noch nicht beschäftigt habt fassen wir einfach zusammen das ist ein eher aufwärts ein also ein dreh für die aufwärtsrichtung ein trigger ist eigentlich an der stelle für die long seite und an der stelle ist der stop ich weiß dass morningstars eigentlich gute trefferquoten haben also insofern eigentlich eine ganz gute bestätigung sind schönerweise scheint die interne struktur die sehen wir hier natürlich nicht die interne struktur hier ganz gut zu sein wer also nicht auf diesen möglichen einstieg hier oder vielleicht kriegen wir ja auch noch ein auf diese zwischeneinstiege hier setzen will hat die möglichkeit zu sagen naja gut wenn wir tatsächlich hier noch mal durchgehen durch diese marke dann nutze ich das vielleicht für long ist zumindest mal eine idee dass der markt dann nach oben geht noch zumindest mal ein gutes stück das muss nicht so weit sein das wissen wir nicht also diese kerzen sind nicht dafür verantwortlich dass es ganz lang noch läuft aber erst mal noch mal läuft wer sich jetzt fragt ja wie passt das zusammen keine ahnung ich weiß es auch nicht ich weiß es nicht weil das ding ist ein abwärts impuls so sieht es aus also mega stark nach unten und ich würde mich auch nicht wundern wenn es hier nur eine a b c erst mal gibt so also insofern noch nicht so sehr lohnenswert deshalb ich würde in dieser situation weniger gerne diesen long einstieg hier machen sondern würde eher gucken dass ich so etwas hier handelt also sprich wenn er hier ich mache es noch mal hier ein bisschen deutlicher im vier stunden chart wenn er dieses a b c muster macht zwischen hoch hier noch mal dann mindestens noch mal diese eins zu eins und dann kann ich hier gucken läuft er da weiter dann ist alles super und wenn er wirklich nur dieses a b c muster macht was ich hier mal eben erwähnt habe ja dann schließlich die position haben stopp sicherlich schon nachziehen können richtung einstieg vielleicht auch schon ein bisschen ins plus alles in ordnung aber vielleicht nicht zur lobseligkeit hier oder glückseligkeit das ganze aber immerhin haben wir dann ein gutes stück dieser bewegung da schon mal gesehen aber es gibt noch ein weiteres nämlich ein hammer auch wochenbasis und der hat seinen einstieg erst naja auf dem hoch der letzten woche und das war ungefähr bei 39.200 hier auf dem future gerechnet also ihr seht es gibt durchaus einige indizien dafür dass der markt auch technisch gesehen einige long situationen hat vielleicht umso sinnvoller hier auf die daten zu gucken die diese woche noch auf uns zukommen die wir uns dann heute abend um 18.30 gemeinsam angucken wenn ihr wollt oder ihr dann in der aufzeichnung wenn es eben nicht live dabei sein können so jetzt gucken wir noch zum abschluss auf dem dax und der hat ebenfalls das ganz gut hingekriegt mit der punktlandung 38er marke beim index da haben wir gesagt da wäre eigentlich sowieso eine vierte welle gerne vorbei ihr seht die höhe wäre auch einigermaßen passend also streng genommen haut das hin ich würde allerdings tatsächlich wenn ich hier so die interne struktur mal anschaue weiß ich noch nicht so genau idealerweise würde ich sehen dass der kurs da nicht mehr durch geht denn dass er hier pause macht finde ich nicht schlimm lass ich nur mal eine pause machen kommt im besten unternehmen vor dass mitarbeiter pause machen so aber er hat hier schon eine pause gemacht ist nur die sollten nicht überschneiden denn dann ist er mal doof wenn er zwar zwischendurch immer was arbeitet aber der vortrieb durch die größe der pausen gleich wieder wett gemacht wird das nicht so attraktiv deshalb das wäre besser wenn das idealerweise oben bleibt beim dax index kann man sich mal merken 18.541 das ist nicht automatisch ein short signal aber nicht so dolle um es ganz ehrlich zu sagen also besser ist es wenn er oberhalb bliebe ihr kennt das schub hoch wackelig runter sind sowieso immer ganz gute situationen für ein trade also besser da nicht mehr überschneiden wäre mir ernsthaft lieber gucken wir auf dem dax future da sieht das bild grundsätzlich genauso aus nur hatte er hier aufgesetzt haben wir auch schon gesagt alles was oberhalb bleibt ist erst noch mal okay auch wenn es ein bisschen übertriebener ist hier ebenfalls diese pause besser nicht mehr mit dieser hier überschneiden wer die future werte anguckt 18.591 weiß jetzt nicht ob das jetzt millimeter genau stimmt aber sowas in der richtung ich meine die findet ihr selber das sind die hochs vom 30 und vom 31 mai besser wäre es wenn er oberhalb bliebe dann kann er erst mal noch mal eine fortsetzung machen die nächste korrektur die ist dann wieder davon unabhängig aber diesen anstieg 1 2 3 4 5 den würde ich gerne ohne diese überschneidung sehen dann bin ich guten mutes generell bin ich eigentlich noch guten mutes denn wir haben ja schon festgestellt dass diese abwärtsbewegung hier vier stunden chart oder hier auf tages eben absolut in das muster reinpasst also wenn er hier das einigermaßen hinkriegt ohne diese großen überschneidung bleibe ich weiter erst mal bullisch wenn er das mit der überschneidung macht dann gucke ich mir das erst noch mal in ruhe an dann bin ich vielleicht eine stufe zurückhaltender da muss man ja nicht gleich dann hier vollgas geben so in diesem sinne hoffe ich dass ihr eine woche habt in der ihr vollgas geben könnte allerdings natürlich nicht übertreiben mit den risiken sondern alles so dass es zu eurer kontosituation passt ich drücke euch beide daumen dass ihr die richtigen einschätzungen und vor allen dingen die richtigen umsetzung hinbekommt wenn ihr mehr informationen haben wollt jetzt hier hinten in der endcard noch mal der hinweis auf die auf den wochenausblick mit den wichtigen daten die wir wirklich diese woche noch haben die solltet ihr nicht verpassen wir werden uns angucken wann was warum und wie der markt damit jetzt schon umgeht und vielleicht schon wie wir da den ein oder anderen trade daraus ableiten können in diesem sinne ich freue mich auf später bis dann macht's gut